Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Weihnachten kommt jedes Jahr so plötzlich. In diesem Jahr haben wir uns was ganz Besonderes für Sie überlegt. Es steht an jedem Standort in der Zentrale ein wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum. Sie bekommen bei Ihren Fachbereichsansprechpartnern oder Projektverantwortlichen einen Wunschzettel. Füllen Sie diesen Wunschzettel aus, aber nicht für sich, sondern für einen Kollegen. Für eine Kollegin oder eine Kollegin, die es verdient hat. Vielleicht war die Handyrechnung mal zu hoch oder die Stromrechnung oder der Kollege oder Kollegin haben wir etwas Entspannung verdient. Am 18. Dezember werden drei Wünsche an jedem Standort gezogen und dann werden diese Wünsche natürlich auch erfüllt. So, und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Wünschen und eine richtig tolle Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!